Das Modul IS Inventory ermöglicht die papierlose Inventur bzw. Inventarisierung mit einem oder beliebig vielen mobilen Scannern und das parallel zum Tagesgeschäft. Im ersten Schritt werden die Artikelstammdaten aus dem ERP-System auf das mobile Barcode-Terminal übertragen. Dann werden die Inventurartikel ganz einfach durch Scannen der Barcodes erfasst. Hier macht sich schnelle Scannertechnologie von Honeywell bezahlt. Benutzer und Datum der Artikelerfassung werden dabei automatisch gespeichert. Nach dem Scannen des letzten Artikels erfolgt der Soll-Ist-Vergleich aller erfassten Daten mit dem Artikelstamm. Anschließend können die Daten als CSV-Datei exportiert und am PC weiterverarbeitet werden.